Hallo liebe Gäste und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Zimmermann. Ich bin einer der Kreuzfahrtdirektoren der Main Schifflotte und ich nehme Sie heute mit zu einem exklusiven Rundgang hinter die Kulissen. Heute sind wir in der Wäscherei unserer neuen Schiffe. Hier gibt es eine Menge zu entdecken. Viel Spaß dabei. Insgesamt müssen hier jeden Tag 2000 Kilo Wäsche gewaschen werden. An einem Wechseltag sogar noch mal 1000 Kilo mehr, nämlich 3000 Kilo. Dafür benötigt man natürlich größere Maschinen und davon haben wir schon mal eine hier, wobei das die kleinste ist. Diese Maschine fasst auf der einen Seite 45 Kilo Wäsche, dann schließt man sie, dreht sie und kann noch mal 45 Kilo reinpacken. Das heißt in einem Waschgang, mit ein bisschen Waschmittel natürlich auch noch, kann man hier 90 Kilo Wäsche waschen. Wäscheleien gibt es an Bord der Main Schiff natürlich nicht so viele. Dafür brauchen wir Trockner an Bord. Gibt es auch, auch ein bisschen größer als Sie es von zu Hause kennen. Dieser zum Beispiel ist einer unserer Standard Trockner. Fast 25 Kilo Wäsche auf einmal. Ich fange mal ein bisschen was reinzuladen. Und dann ist das alles ganz schnell trocken. Von zu Hause kennt sicherlich jeder den Eimer per Siel. Sowas müssen wir an Bord natürlich auch haben. Allerdings ist er bei uns ein bisschen größer. Und diese komplette Anlage ist für die automatische Zumischung des Waschmittels bei unseren Waschmaschinen zuständig. Nicht schlecht, oder? Das hier ist auch eine Waschmaschine. Allerdings ist die noch ein bisschen größer. Das ist unsere Waschstraße. Die macht alles allein. Also hier kommt die Wäsche rein und nach 30 Minuten kommt sie ein der Gehör wieder raus. Und in den 30 Minuten wird sie gewaschen und getrocknet. So, fertig. Das hier ist unsere Bügelmaschine. Die schafft ein bisschen mehr als das Bügelbrett und das Bügelweisen zu Hause. Können Sie mal gucken, wie das geht. Ich glaube, ich lasse das mal lieber die Jungs machen. Die können das viel besser als ich. Diese Maschine, wo ich eben auf der anderen Seite gestanden habe, die bügelt nicht nur, die legt die Wäsche auch noch feinsäuerbar zusammen und dann kommt sie wieder raus. Ganz zum Schluss habe ich noch einen Tipp für Sie, wie Sie fast noch einen ganzen Urlaubstag geschenkt bekommen. Ganz einfach, Sie haben auf der Kabine den Wäschebeutel und noch eine Liste dazu, was Sie abgeben können. Nutzen Sie doch einfach diesen exklusiven Service und dann kümmern sich unsere Profis an Bauer der Flotte um Ihre Wäsche. Und wenn Sie dann nach Hause kommen, können Sie sie gebügelt und frisch gewaschen aus Ihrem Koffer direkt in den Schrank packen. Mehr habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Das war es zum Thema Wäsche an Borde, mein Schiffbrotel. Ich sage Tschüss, wünsche Ihnen alles Gute. Bis dann. Wäsche an Borde, mein Schiffbrotel.